Vor einigen Monaten war ich bei einem Automobilzulieferer, die vor allem jetzt in einem riesigen Change-Prozess stecken, weil sie immer noch Verbrennungsmotoren konstruieren. Und da, da bin ich in der Mittagspause beim Lunch mit dem Chefingenieur zusammen und da macht er eine Aussage, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Er sagt, Herr Wächter, ich bin Verbrenner. Ich habe das gelernt, ich kann das richtig gut mit diesen Verbrennungsmotoren und jetzt soll ich E-Motoren konstruieren? Kann ich nicht. Das ist eine Haltung, die vor allem Veränderung im Weg steht. Und gerade jetzt, wenn es um Dauerchange geht, mit diesen ganzen äußeren Einflüssen, brauchen wir ein Mindset, das uns hilft, mit Veränderung konstruktiv umzugehen. Problem lösen umzugehen, statt problemorientiert. Und genau darum geht es in meinen Vorträgen. Mir ist wichtig, dass eine Haltung entsteht bei Ihren Mitarbeitern, und bei Ihren Führungskräften. Dieser Vortrag, diese Keynotes, diese Workshops sind vor allem geeignet als Kick-Off bei einem Change-Projekt oder eben, wenn es zwischendrin ins Stocken gerät und der eine oder andere nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Ich freue mich, Ihnen zu helfen, wenn aus Veränderung auch Fortschritt wird. Das ist mir wichtig.